hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf der geigenberg schön dass ihr mit eingeschalten habt ja malzeit und ihr seht ich bin immer fleißig am häckseln und ich denke mal wir können auch gleich den normalen helfer laufen lassen und dann sollte das auch etwas schneller funktionieren oder besser funktionieren sagen wir es mal so aber das schauen wir uns gleich an das ist jetzt mittlerweile der zweite anhänger ja also der letzten folge haben wir schon ein weg gefahren jetzt fahren wir den hier weg und ich bin da echt guter dinge wir haben es 12 34 im november in game ist mal schauen schnell wir da vorankommen aber ich denke sollte recht gut passen natürlich sehen ist schon weiter reinfahren dann hier rückwärts ran schieben hier auch nahtlos anschließen können natürlich ein bisschen sehen dass das funktioniert hat erzählt er sollte passen wunderbar wunderbar sehr gut sehr sehr schön zu gefällt mir das ein bisserl ordnung schön öffentlich muss man aufpassen dass das passt umso weniger haben wir dann später rein rein zu schaufeln na so eine sache zu normalerweise jetzt werden wir das gleich mal probieren also ein bisschen kollege so passt das so aber jetzt war der kollege rum wenn jetzt geht es weiter perfekt genau so habe ich mir das gedacht natürlich ein bisschen langsamer wunderbar es funktioniert meine lieben es funktioniert ja also alle wand können wir uns merken zweimal ringsherum fahren sollte vom abstand her passen muss man natürlich auch immer auf die gegebenheiten anpassen wenn jetzt viele bäume ringsherum sind dann lieber dreimal machen ist genug platz zum feldesrand und dann passt das auch wunderbar wunderbar und lassen wir jetzt hier um fahren was macht er ja so das ist immer noch so eine sache bei dem normalen helfer dass er dann immer so rum fährt jetzt mir gewünscht dass es wie unten macht ja wo man gerade waren aber naja oder nicht daran ich schalte zur sache aber geht 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 sagen wir mal so beim helfer ist noch luft nach oben beim normalen helfer ich freue mich auf jeden fall schon mal dass man dass man das problem lösen könnten dass das funktioniert mit dem häckselt dass wir häckseln können und dass wir hier richtig gut vorankommen jetzt aber jetzt bin ich gespannt wie es aussieht hier mit dem gebäude wie er sich da anstellt aber dagegen ömmels oder nicht macht das wieder so gut mein gott ist jetzt nicht schön da muss man sagen aber es funktioniert der gute alte häcksel er schrubbt hier meter größer brauchst du es auch gar nicht auf der map die größe vom häckseler vollkommen ausreichend weil umso größer der häckseler umso mehr rangierabstand hast du willst du wieder einplan deswegen das passt schon so wie das ist ein sehr guter tipp von euch das däumchen meine lieben wird dann natürlich oder seine wände machen das ist aber gar nicht so schlimm da können wir nämlich ganz fix rum schon mal platzieren in den unser turm auch schneller und da geht es nahtlos weiter da kommt kollege die procken gas so weil sie sind und es geht los ab ins silo perfekt das ist richtig gut ach schön also häcksel generell finde ich eine mit der schönsten arbeiten nicht nur in rühe sondern auch hier im ls macht halt wirklich wenn man natürlich gleich wieder von hier anschließen das ist ganz klar haben wir ein bisschen was setzt da drauf so 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 das das sieht gut aus das sieht gut aus effekt wenn wir dann beim nächsten anhänger ob er rückwärts ran schoßen und das dann nahtlos fortsetzen jeder kollege mit ansehen ist fertig das bedeutet den können wir dann auch bald reinholen sehr gut aber sobald man hier mit dem acker fertig sind aber die kollegen mit dem genie rein holen dass er hier dann die bodenbearbeitung macht denn da können wir dann gleich sagen hier wenn die bodenbearbeitung durch ist der kollege mit der sehmaschine daher kann das lebt schon das wird schon das kriegt man auch denke ich mal gut hin vom winter wir natürlich sehen müssen wir mal schauen wie muss zu machen winzermäßig ich denke mal der wärmer etwas mehr spulen dass wir schlafen gucken wir mal kriegt man schon hin der kollege ich bin da findet aber dann anhänger nicht machen mensch und jetzt denke auch mal das feld wärmer heute fertig bekommen das ist ganz gut dann haben wir ja noch das kleine feld wenn wir mal schauen die 53 und dann haben wir noch die 52 wenn ihr das hier unten sieht ja super und wenn wir gucken ob das überhaupt alles rein passt aber sollte denke ich mal reinpassen wenn nicht wollen wir den rest kommer ist das ist ja dann kleinere übel aber da dürfen wir nicht vergessen dann müssen wir noch ein schneidwerk kaufen gerade auch für die sonnen blumen brauchen wir auch das schneidwerk wenn man kollege kum wundervoll wundervoll das ist so wundervoll das sieht sich auch einfach mal da und genieße ich finde es schön wechseln und wie das dann so funktioniert ich denke mir dann auch immer wieder ok lassen wir mal den helfer so wie er ist wir wissen alle hat luft nach oben aber diese tatsache dass das halt einfach technisch möglich ist dass du so ein spiel zum gestalten kannst na das finde ich schon immer wieder sehr sehr nice das ist eine echt coole sache recht erkennt doch auch mit kraft anschieben aber gut ist jetzt weniger das übel wirst du ich meine und deswegen dann einfach mal dazu sitzen und einfach mal sich erfreuen an dem wie es funktioniert finde ich es auch schon eine wichtige sache kollege ich bin hier schwingt doch dein turm perfekt wunderbar nächster anhänger weg dann muss er natürlich auch ganz schön ganz schön ziehen der kleine na zählt auch allerhand im anhänger drin das macht schon laune da jetzt schon mal hier gleich rückwärts ran und das ganze wieder nahtlos haben gut es geht halt auch na mache ich das so einfach in der hoffnung ich habe dann nach dem anwalzen weniger rein zu schaufeln sowie das ist so der gedanke des ganzen eigentlich nahtlos dran das passt soll da ja das passt doch gut das passt doch gut müssen dann bloß mal sehen dass wir uns eben noch eine nach eine silo weil zu holen oder haben wir einen verteiler drin das weiß ich jetzt gar nicht zu mal gucken wo uns mal anschauen kollege arbeit beendet das ist sehr gut wunderbar wunderbar ach jetzt macht das so rum naja naja ok wenn ihm das zu gefällt dann macht er das halt so doch komm ran auf meter perfekt 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 aber meine lieben youtube rinos wenn es euch gefallen hat ja ihr seht wir haben den acker dann gleich fertig lasst ihr gerne das däumchen da schreibt was nettes in die kommentare und ich sage erstmal tschüss und tschau bis zum nächsten mal